Ja, schön euch zu sehen. Auch einen gesegneten Morgen von mir. Ja, lass uns kurz beten. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich, dass du uns offene Ohren, offene Herzen gibst, zu hören von dir. Dass du durch dein Wort, ja, unsere Herzen reinigst und, ja, mit guten Gedanken füllst, Herr, mit deinen Gedanken. Du hast, ja, gute Gedanken über uns und, ja, wir sind durch deinen Sohn Jesus sind wir deine Kinder geworden und dürfen als deine Kinder hier zu dir kommen und von dir Gutes erwarten, Herr. Und da sind wir so froh und dankbar drüber und, ja, wollen aber beten, dass du uns hilfst, ja, das Wort nicht nur zu hören, sondern dass es tief hinein sinkt, wie ein Same in die Erde hineindringt und, ja, dass es wächst und gedeiht und Frucht bringt in unserem Leben. Bitte segne dein Wort jetzt für uns. Amen. Ja, wir sind in Sprüche 19 und wir steigen ein in Vers 15. Faulheit versenkt in tiefen Schlaf und eine lässige Seele muss hungern. In der Bibel ist immer wieder von der Faulheit die Rede und auch hier an dieser Stelle, es kommt später noch ein Vers dazu. Gott möchte, dass wir wach sind. Jesus hat gesagt immer wieder zu seinen Jüngern, wacht, seid wachsam, wacht und betet. So viele Dinge in unserem Leben, auch gerade hier in unserem Land, wo es uns so gut geht, wo wir so reich sind, wo wir alles haben, passiert es so schnell, dass wir einschlafen, dass wir uns zur Ruhe setzen. Und manchmal ist auch ein falsches Verständnis des Evangeliums, was uns dazu bringt, einzuschlafen, faul zu werden, uns gemütlich aufs Sofa zu setzen und die Beine hochzulegen, das sogenannte Sofa-Christentum. Und oft ist der Ausgangspunkt richtig. Ja, wir sind erlöst allein durch Gnade, nicht aus Werken, sondern aus Gnade. Und das ist die Wahrheit. Danke Herr, dass du mich erlöst hast, dass nicht ich mich erlösen musste, wie hätte ich es auch tun können mit meinen Werken, sondern du hast mich aus Gnade erlöst. Du hast mich aus Gnade errettet. Du hast nicht meine Werke genommen, mein Leben, so wie ich es gelebt habe und hast gesagt, okay, ich entscheide jetzt daran, wie du dein Leben gelebt hast, ob du mein Kind sein darfst oder nicht, sondern Gott hat es allein festgemacht daran, was Christus, der König, was Jesus, sein Sohn für uns getan hat. Glaubst du das, dann bist du ein geliebtes, angenommenes Kind Gottes, dann empfängst du seine Liebe, die ausgeht zu jedem Menschen. Wenn du glaubst, dann empfängst du diese Gnade, dass du ein Kind Gottes bist, unabhängig davon, wie gut oder wie schlecht du gewesen bist in deinem Leben. Aber das soll uns nicht zur Faulheit führen. Wir sind ja errettet aus Gnade, wir können ja nichts dazu beitragen. Er hat ja alles getan, da brauche ich ja nichts mehr zu tun. Dann kann ich ja mich aufs Sofa setzen und entspannen. Na, wie es uns irgendwie in einem berühmten Werbespot vor kurzem nahegelegt wurde, dass wir auf dem Sofa liegen, Netflix gucken, Chips essen und dadurch die Welt retten. Nein, es ist so, wie wir es in Epheser 2, Vers 10 lesen. Ich lese einmal den Vers vor. Epheser 2, Vers 10. Und vielleicht fangen wir sogar in Vers 8 an, weil hier nochmal betont wird, die Gnade, durch die wir gerettet sind. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühmt. Ruhm und Ehre gebührt Gott alleine, nicht allen Menschen. Niemand soll sich rühmen, sich selbst. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen. Das ist die Aussage, das ist das, was wir auch eben gehört haben im Psalm 139. Wunderbar hat Gott uns geschaffen. So wie wir geboren wurden. Aber wunderbar hat Gott uns auch geschaffen, als seine Kinder neu geschaffen, neu gemacht, in der Wiedergeburt, durch seinen Heiligen Geist in uns. Erlösung, Errettung allein aus Gnade. Alleine durch Glauben, Vertrauen in die gute Botschaft, dass Gott unser Erretter und Erlöser ist, dass Jesus unsere Schuld getragen hat, dass wir ewiges Leben haben, dadurch, dass er in den Tod gegangen ist und auferstanden ist. Aufgrund des Werkes, was er getan hat, sind wir gerettet. Das ist seine neue Schöpfung. Das hat er gemacht. Uns hat er geschaffen in Christus Jesus. Wir sind sein Gebilde, das heißt sein Kunstwerk. Und es ist ein Kunstwerk, was noch im Entstehen ist. Es ist im Werden. Er ist dabei. Wie der Prophet sagt, er ist der Töpfer. Wir sind der Ton. Er ist an der Arbeit. Wir sind auf der Töpferscheibe. Die Töpferscheibe dreht sich. Wir sind noch am Entstehen. Er drückt noch an uns herum, bis die Form fertig ist. Wir sind noch nicht fertig. Er ist noch an der Arbeit. Tagtäglich ist er an der Arbeit. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt unseres Christseins. Das muss uns immer wieder vor Augen sein. Nicht ich mache mich zu einem guten Menschen. Nicht ich mache mein Leben zu einem Kunstwerk. Und das versuchen ja viele Menschen, die sagen, ja, ich muss mich selbst erschaffen. Ich muss mein eigenes Leben kreieren. Ich muss etwas aus mir machen. Ich mache mein Leben zu einem Kunstwerk. Nein, Gott macht es. Gott macht mein Leben zu einem Kunstwerk, was dann beständig ist. Alle Kunstwerke, die wir erschaffen, die sind vergänglich und vergehen. Auch wenn wir uns selbst zu einem Kunstwerk umformen. Es hat keinen Bestand vor Gott. Es wird verbrannt. Es wird kaputt gehen. Es wird weggeschmissen werden. Aber das Kunstwerk, was Gott erschafft, das ist ewig. Das hat immer Bestand. Und so formt er uns immer noch. Er ist es, der es tut. Wir müssen stille sein, was wir von Lee gehört haben. Er ist an der Arbeit. Und wir müssen auch stille werden, damit er sein Werk tun kann. Wir müssen, früher nannte man das dann stille Zeit. Wir müssen stille werden vor Gott, damit er arbeiten kann an uns. Und wie arbeitet er uns? Häufig arbeitet er an uns durch sein Wort, indem er hineinspricht in unsere Herzen. Und dann formt er uns, unser Wesen, unseren Charakter zu einem wunderbaren Kunstwerk. Wir müssen innehalten. Wir müssen es zulassen, dass wir nicht tätig sind. Nichts sagen. Nichts tun. Das hat nichts mit Sofa-Christentum zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass wir Gott erlauben, in unser Leben hineinzuwirken, hineinzusprechen, Hand anzulegen, uns zu reinigen, uns zu formen. Wenn wir ständig beschäftigt sind mit allen möglichen Dingen, wenn wir immer reden, tun, machen, das ist dieser Aktivismus, wovon wir in den Sprüchen zuvor gelesen hatten. Eifer ohne Erkenntnis ist nicht gut. Aktivismus. Dadurch machen wir unser Herz dicht für Gottes Wirken, Gottes Arbeiten an unserem Leben, für Gottes Reden auch. Wir müssen stille werden. Wir müssen zur Ruhe kommen. Wir müssen andere Dinge zur Seite packen. Diese ganze Informationsflut. Das ist nicht gut. Wir müssen zur Ruhe kommen und Gott hören. Was hat Gott eigentlich zu sagen? Nicht, was habe ich zu sagen? Wie denke ich? Wie sehe ich die Dinge? Was will ich tun? Was ist mein Plan? Sondern was ist dein Plan, Gott? Wie siehst du die Dinge? Was willst du tun in meinem Leben und durch mein Leben? Den Willen Gottes erkennen. Dazu gehört auch Stille zu werden vor Gott. Alles stehen und liegen zu lassen. Nicht mehr weiter zu arbeiten. Nicht mehr weiter zu reden. Zu zu hören. Zu warten. Aber dann steht hier, dass wir sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen sind zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und das zeigt jetzt auf, Faulheit ist das nicht, was die Gnade uns bringt, sondern sie bringt uns tatsächlich in Aktivität hinein. Sie führt uns in die guten Werke hinein. Nicht in die leeren Werke, die vergänglichen Werke. Tag täglich machen wir so viele Dinge, tun wir so vieles, was so leer und hohl ist und was keinen Bestand hat. Ich meine jetzt nicht die Dinge des alltäglichen Lebens. Die Dinge des alltäglichen Lebens können sehr wohl gute Werke sein, in diesem Sinne, wo ich Treue übe, in den kleinen Dingen des Dienstes des Alltags. Das können sehr wohl gute Dinge, gute Werke sein, aber wir machen so viele Dinge, die leer und hohl sind, weil sie keine guten Werke Gottes sind, weil es nicht die Werke sind, die Gott vorbereitet hat, in denen wir wandeln sollen, weil es unsere eigenen Werke sind. Unsere eigenen Ziele, unsere eigenen Pläne. Es ist gut und wichtig, stille zu werden, inne zu werden, zu verstehen, was der Wille des Herrn ist. Und er will uns leiten durch seinen heiligen Geist. Dafür hat er uns seinen Geist gegeben und uns tagtäglich in diese Werke hinein zu führen. Und es ist nicht so, dass du morgens einfach nur zehn Minuten dich hinsetzt und Gott fragst, was ist denn der Plan für heute? Und dann diktiert dir Gott so die To-Do-Liste. So ist es nicht. So läuft es nicht. Vielleicht hätte der eine oder andere von uns das so gerne. Gott, die zehn Minuten, da setze ich mich hin und du diktierst mir, was die To-Do-Liste für heute ist. Aber manchmal ist es so. Manchmal macht Gott das, wenn wir nur mal stille werden würden und diese Erwartungshaltung hätten. Herr, sprich doch zu mir. Zeig mir, was heute dran ist. Vielleicht gibt er dir tatsächlich etwas, eine Idee, einen Weg, einen Plan und sagt dir, hey, guck mal, das hätte ich heute für dich. Bist du bereit? Aber oft sind wir gar nicht offen dafür, überhaupt so zu hören, so mit dieser Erwartungshaltung auf Gott zuzugehen. Zu sagen, Herr, schenk mir doch einen Weg, schenk mir gute Werke heute, in denen ich wandeln kann. Zeig mir das. Was ist heute dran? Nein, wir haben oft, wir sind so voll schon, dass gar kein Platz mehr für Gottes gute Werke sind. So, aber es ist, wie gesagt, es ist nicht immer so, dass Gott uns da eine To-Do-Liste gibt, sondern er sagt, vielleicht einfach nur, das ist schön, dass du heute gute Werke tun willst, die ich vorbereitet habe, dass du heute meinen Willen tun willst, das finde ich gut. Komm, lass uns mal losgehen und gucken, was das für Werke sind. Und dann hast du, ist das Einzige, was du hast, mit Gott zu gehen durch den Tag und dich überraschen zu lassen. Und dann kommt vielleicht dieser Moment, wo da der verletzte Mann auf der Straße liegt. Wie Jesus das in diesem wunderbaren Gleichnis beschreibt. Und du, und der Heilige Geist zu dir spricht in deinem Herzen, hey, das ist, das ist dran jetzt. Das ist ein gutes Werk, was ich vorbereitet habe für dich heute. Und du merkst, okay, Herr, genau das ist es. Also Gottes Gnade lässt uns nicht faul werden, macht uns nicht zu Sofa-Christen, sondern Gottes Gnade, wenn wir sie richtig begreifen und richtig verstehen. Wir sind erlöst zu einer lebendigen Beziehung mit dem lebendigen Gott, der lebendig in unser Leben hineinspricht, so wie wir es von Lee gehört haben in dem Zeugnis. Er spricht direkt in unser Leben hinein. Er tröstet uns, er ermutigt uns, er gibt uns Wegweisung. Und er leitet uns auch in die Werke hinein, die er vorbereitet hat, damit wir darin wandeln. Zurück in die Sprüche. Wer das Gebot bewahrt, bewahrt sein Leben. Wer seine Wege verachtet, muss sterben. Wer das Gebot bewahrt, bewahrt sein Leben. Leben heißt hier auch, kann auch übersetzt werden mit Seele. Nefesh steht hier im Hebräischen. Ein sehr umfassender Begriff. Die Gebote Gottes sind so wertvoll. Das Gebot, du sollst nicht stehlen zum Beispiel. So wertvoll, dass Gott das gegeben hat. Und wir nehmen das ganz selbstverständlich hin. Es ist aber ein ganz wichtiges Gesetz, auch in unseren Gesetzen, in unseren staatlichen Gesetzen ist es hineingekommen. Durch das Gebot Gottes hat es Eingang gefunden in unsere staatliche Gesetzgebung. Und es ist ganz weit ausgefeiert, es wird überall genau erklärt in den Gesetzen, was denn das im Einzelnen ist. Und so wird einem ganzen Volk, einer ganzen Nation hier den Deutschen klar gemacht, du sollst nicht stehlen. Gott hat das gewirkt. Er hat dieses Gebot ausgesandt und es ist in der Gesetzgebung aufgenommen worden. Und nun wissen wir, ja, du darfst nicht stehlen, du darfst dies nicht, du darfst das nicht, das ist stehlen, das ist stehlen. Und es ist so gut, dass wir das haben. Es ist so förderlich, es ist so heilsam, es ist so gut, dass wir das haben. Aber wir nehmen es oft für selbstverständlich. Und wir begreifen oft nicht, dass es gegeben ist, weil ich die Tendenz zum Stehlen habe. Und du, 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 und du. Wir alle haben diese Tendenz. Und Gott hat aber eine Obrigkeit gegeben, die auf Grundlage der Gebote, die Gott gegeben hat, gute Gesetzgebung erlässt und dadurch uns hilft, in diesen Ordnungen, die so gut und heilsam für unser Leben sind, darin zu leben, darin zu wandeln. Die Gebote sind dazu da, dass sie uns bewahren, dass sie unser Leben bewahren, dass sie unsere Seele bewahren. Wisst ihr, viele Menschen sind so krank an Geist, Seele und Leib, weil sie die Gebote Gottes nicht ernst nehmen, weil sie sie in den Wind schlagen, weil sie die Gebote nicht bewahren. Wer aber die Gebote Gottes bewahrt, wer sie ernst nimmt, wer sie wichtig nimmt, wer ihnen folgt, bei dem geht es gut. Lass uns das doch suchen, lass uns dann mit beschäftigen. Wisst ihr, so viele Leute suchen nach Ratgebern für gesundes Leben. Aber das, was uns wirklich gesund erhält, was unser Leben gesund rein heilig gesund macht, sind die Gebote Gottes, die gute Wegweisung unseres Gottes. Wir dürfen als Kinder Gottes, wir haben ja alle gefehlt, wir haben ja alle versagt, was die Gebote angeht. Deswegen lesen wir so ungern die Gebote, weil sie uns ständig daran erinnern, was wir für Sünder sind. Aber Christus ist für uns gestorben, er hat uns gereinigt von aller Sünde. Wir brauchen kein schlechtes Gewissen mehr zu haben und wenn uns die Gebote aufzeigen, dass wir irgendwo gesündigt haben, dann haben wir einen Fürsprecher, jemanden, der für uns eingetreten ist und unsere Schuld wegnimmt. Du brauchst keine Angst vor den Geboten Gottes zu haben. Sie sind gut und heilsam für jeden Menschen, ganz besonders für seine Kinder. Sie sind ein Licht auf unserem Weg. Wir kriegen dadurch Orientierung, wir brauchen doch Orientierung. Was ist gut, was ist böse? Gott hat uns das gegeben, das ist doch was Wunderbares. Lass uns die Gebote Gottes bewahren, sie sind gut und wichtig, damit wir ein Leben führen, das ihm wohlgefällig ist. In diesen Geboten steckt schon so viel von den guten Werken, die er vorbereitet hat. In denen wir dann wandeln können. Also wer das Gebot bewahrt, bewahrt sein Leben. Wer seine Wege verachtet, muss sterben. Da ist ein breiter Weg und dieser Weg besteht aus vielen kleinen einzelnen Wegen. Jeder auf seinem eigenen Weg. In dieser breite Weg führt in die Verdammnis. Aber Jesus sagt, geht den schmalen Weg, der zum Leben führt. Geht auf den Wegen Gottes. Folgt ihm nach, geh mit ihm. Dann wirst du zum Leben kommen. Vers 17. Wer über den Geringen sich erbarmt, leid dem Herrn und seine Wohltat wird ihm vergelten. Wisst ihr, die Barmherzigkeit, die wir üben, die geht nicht, die verpufft nicht einfach. Selbst wenn du keinen Dank bekommst, selbst wenn du keine Ergebnisse siehst. Wir sind ja immer so ergebnisorientiert in unserem Denken. Was bringt das? Bringt das irgendwas? Und je nachdem, ob es etwas bringt, was ich tue, tue ich es oder ich lasse es. Wenn ich empfinde, das bringt doch sowieso nichts, dann lasse ich es. Aber hier geht es nicht um Ergebnisse. Hier geht es darum, dass Gottes Charakter in mir Gestalt gewinnt. Er ist barmherzig. Das heißt, er hat sich hinabbegeben in den Staub. Jesus ist Mensch geworden. Ist auf Augenhöhe zu uns herabgekommen. Hat unser Leben geteilt. Hat unsere Schuld auf sich genommen. Hat sich hingegeben im Dienst an den Armen, an den Schwachen, an den Bedürftigen. Hat die Liebe Gottes ausgeteilt. Reichlich ausgeteilt. Und Geschwister, er hat nicht gefragt, was das am Ende bringen wird. Er wusste, ja, es wird zum Ziel kommen bei dem einen oder bei dem anderen. Aber die Geschichte von den zehn Aussätzigen macht uns klar, Jesus hat sie geheilt. Alle zehn, die ihn gebeten hatten. Mach du uns doch rein. Mach du uns gesund. Er hat gesagt, ja, geht hin. Zeigt euch den Priester. Ihr seid gereinigt. Und sie wurden alle auf dem Weg gereinigt. Aber nur einer kam zurück zu Jesus. Einer nur kam zurück von den zehn. Die Neuen sind einfach ihres Weges gegangen. Haben die Reinigung angenommen. Sie wurden gereinigt. Aber sie sind nicht in die Gemeinschaft mit Jesus eingetreten. Sie sind nicht zu Anbetern geworden. So verschenkt sich Gott und schenkt Barmherzigkeit, Gnade, Güte, Liebe. Egal, ob es ein Ergebnis bringt oder nicht. Und so sollten wir auch sein. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ob es was bringt oder ob es nichts bringt. Sei barmherzig. Frag nicht nach dem Ergebnis. Sondern frag danach, was willst du, Vater, dass ich tue? Es geht um den Gehorsam. Wisst ihr, Jesus ist gehorsam gewesen. Seinem Vater bis zum Tod. Das war sein Weg. Und darum hat Gott ihn erhöht. Nicht, weil er so viele Ergebnisse gebracht hat. Sondern weil er gehorsam war. Deswegen. Wer über den Geringen sich erbarnt, leid dem Herrn. Wisst ihr, es ist, als ob du Gott etwas leihst. Als ob du Gott irgendwie einen Vorschuss gibst. Wird Gott es zurückzahlen, wenn du ihm was leihst? Aber doppelt und dreifach. Hundertfach. Gott lässt sich nicht lumpen. Du brauchst nicht denken, das, was ich hier tue, das ist ja umsonst. Das ist verschenkte Liebesmüh, wie wir so schön sagen. Nein, wenn die Agape Liebe dich treibt und du aus der Liebe Gottes heraus Gutes tust, Menschen segnest, Menschen Gutes tust, dann ist das nie vergebene Liebesmüh. Weil dein Vater sieht das und er wird dich segnen dafür. Züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist, aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten. Ein Wort zur Erziehung. Er besteht aus zwei Teilen. Das erste ist, züchtige deinen Sohn, solange noch Hoffnung da ist. Erziehe dein Kind. Lass es nicht einfach laufen. Laissez-faire, wie man so schön sagt. Laissez-faire, Erziehung. Ich lasse es einfach laufen. Nein, erziehe. Und das heißt, Grenzen setzen. Du sollst Grenzen setzen, sagt Gott in der Erziehung. Lass nicht alles zu. Und es sagt, es gibt nur eine begrenzte Zeit dafür. Solange noch Hoffnung da ist, heißt, die Zeit, wo du dein Kind erziehen kannst, ist begrenzt. Irgendwann ist es vorbei mit Erziehen. Nutze die Zeit, solange sie da ist. Wisst ihr, Grenzen ziehen ist deswegen so wichtig, weil wir als geborene Sünder, und Sünde heißt übertreten. Ich übertrete die Grenze. Wisst ihr, Gott hat eine wunderbare, setzt wunderbare Grenzen und sagt, hier ist der Weg. Auf dem kommst du zum Ziel. Übertritt nicht die Grenze, weil wenn du die Grenze übertrittst, kommst du vom Weg ab. Du erreichst das Ziel nicht. Dann hast du das Ziel verfehlt. Das ist auch ein Begriff, wie man Sünde übersetzen kann. Zielverfehlung. Wenn ich also die Grenzen des Weges übertrete, dann komme ich vom Weg ab und verfehle das Ziel, was Gott für mein Leben hat. Es ist wichtig, dass diese Grenzen gezogen werden. Und wir sollten als Eltern, als Erzieher, wir sollten diese Grenzen auch ziehen für die Kinder. Die Kinder brauchen diese Grenzen. Warum? Damit sie in ihrem Weg, in ihrem Leben zum Ziel gelangen. Aber wenn sie mit dem Gefühl aufwachsen, mit dem Verständnis, es gibt keine Grenzen, dann gehen sie hierhin, dorthin, laufen überall rum und gelangen nicht zum Ziel. Grenzen müssen gesetzt werden. Und warum fällt es uns so schwer, Grenzen zu ziehen? Das Problem ist, dass wenn wir Grenzen setzen, dann tut es unseren Kindern weh. Weil sie in ihrer Freiheit eingegrenzt werden, beschränkt werden. Diese Grenzziehungen sind zu ihrem Besten, dass wir die Grenzen ziehen und sagen, hier darfst du nicht, über diesen Kahnstein darfst du nicht rüber gehen. Weil wenn du da rüber gehst, dann kommt ein Auto angefahren und fährt dich über. Wozu dient diese Grenze zum Schutz des Kindes? Die Eltern haben das Leben für das Kind auf dem Herzen. Die Eltern wollen, dass ihr Kind lebt und gutes Leben hat. Der Vater im Himmel möchte, dass wir gutes Leben haben. Deswegen zieht er die Grenzen und sagt, wenn du hier rüber gehst, dann zerstörst du dich selbst. Oder du zerstörst andere. Und am Ende dann auch dich selbst. Und deswegen zieht Gott diese Grenzen und möchte, dass wir diese Grenzen ziehen für unsere Kinder. Diese Grenzziehungen sind wichtig. Sonst werden unsere Kinder grenzenlos. Und in ihrer Grenzenlosigkeit werden Kinder zu Tyrannen, wie ein Kinderpsychologe geschrieben hat vor einigen Jahren. Aber wir haben so unsere Probleme mit dem Grenzenziehen. Oft ist es auch falsches Mitleid, was uns treibt. Wir denken, wir wollen nicht, dass unser Kind leidet, dass unser Kind traurig ist. Wir geben ihm das, was es möchte, weil es sonst irgendwie, sonst weint es. Ich möchte nicht, dass mein Kind weint. Es soll immer fröhlich sein. Es soll immer glücklich sein. Wisst ihr, das ist eine tief in unserer Gesellschaft schon eingesickerte, falsche Botschaft. Das sind Samen des Widersachers. Die uns ein Ideal geben, dass unser Leben das beste Leben ist, wenn es keine Schmerzen hat. Gott hat uns zwar verheißen, dass es einen Tag gibt, wo es keinen Schmerz mehr gibt, aber das ist nicht hier zu finden. Das Leben hier anders ist tatsächlich so, dass Schmerz dazugehört und dass es gut ist, dass es Schmerz gibt. Es gibt guten Schmerz. Es gibt gutes Leiden. Es gibt auch schlechtes Leiden und schlechten Schmerz. Aber es gibt tatsächlich auch gutes Leiden, guten Schmerz. Und der Schmerz in der Erziehung, wenn die Erzieher das richtig machen, dann ist es guter Schmerz, heilsamer Schmerz. Es ist gut, dass ich gespürt habe, dass hier eine Grenze ist. Das tat mir weh in meinem Innersten, aber ich lerne daraus. Das ist eine Grenze, die ich nicht übertreten soll. Denn es tut mir nicht gut. Wir wollen aber unseren Kindern Schmerzen ersparen. Wir sagen, jeder Schmerz ist böse. Wir sind auch getrieben vom Perfektionismus und denken, ja, wir wollen nichts falsch machen. Wir können die Spannung nicht aushalten. Den Ärger, den Frust unserer Kinder, der sich dann auch gegen uns richtet. Er richtet sich dann nicht nur gegen die Grenze. Das ist ja verrückt. Wir sind doch wie die Kinder. Meine Tochter erzählte mir von so einem Autokorso-Demo irgendwie gegen Corona-Maßnahmen. Wisst ihr, das, was uns weh tut, ist Corona. Aber die Regierung setzt Grenzen, um uns zu schützen. Als Landesmutter, sagt man doch früher, der Landesvater. Der Ministerpräsident ist der Landesvater. Und unsere Kanzlerin ist die Landesmutter. Sie wird ja auch scherzhaft Mutti genannt. Also, sie zieht die Grenzen, damit es uns gut geht. Sie ziehen die Grenzen, unsere niedersächsische Regierung zieht die Grenzen, damit es uns gut geht. Und wir nicht geschädigt werden und unser Land zusammenbricht unter der Masse an Kranken und Toten. Aber unser Zorn richtet sich nicht gegen Corona, sondern gegen die Grenzen, die gesetzt werden und gegen die Grenzzieher. Ihr seid schuld. Ihr macht alles falsch. Und so sind doch die Kinder. Sie trommeln uns auf der Brust rum und sagen, du bist böse. Weil wir gesagt haben, nein. So ist es doch. So sind wir in unserer Sünde. Wir richten uns gegen unseren Schöpfer, der uns diese guten Grenzen gesetzt hat. Und sagen, du bist schuld, dass es mir jetzt schlecht geht. Und das können wir als Eltern oft nicht aushalten. Dieser Vorwurf, der im Raum steht, dass ich mein Kind nicht liebe, weil ich ihm die Grenze gesetzt habe. Ich möchte von meinem Kind geliebt werden und nicht abgelehnt. Aber wisst ihr, da liegt eine Verheißung drauf, wenn wir wie Gott konsequent darin sind, unseren Kindern diese Grenzen zu setzen. Es wird irgendwann der Tag kommen, dass sie uns deswegen lieben, dass wir nicht nachgegeben haben, ihrem Fleisch, ihrem Aufbegehren gegen die Grenzen, dass wir es durchgezogen haben. Sie werden irgendwann kommen und sagen, Papa, damals ging es mir schlecht damit, aber heute bin ich froh und dankbar, dass du da konsequent gewesen bist. Manchmal ist es auch, dass wir die eigenen Leiterfahrungen in der Erziehung, wo unsere Eltern vielleicht ungerecht waren, was wir nicht verarbeitet haben, wo wir immer noch hinterher hinken, obwohl es gut und richtig war, dass unsere Eltern Grenzen gezogen haben und es uns weh tat, sind wir heute immer noch beleidigt, leiden wir heute immer noch unter dem Schmerz dieser ungerechten Behandlung, haben immer noch keine Einsicht, dass es gut für uns war. Oder aber unsere Eltern waren wirklich schlimm und ungerecht und unbarmherzig und hart und zornig und selbstgerecht und haben uns gestraft in ihrem Mutwillen und wir haben auch das nicht verarbeitet, nicht richtig verarbeitet und wollen es jetzt alles wieder gut machen an unseren Kindern und lassen sie laufen. Aber das ist nicht richtig. Erziehe dein Kind. Das sagt Gott. Aber lass dich nicht dazu hinreißen, ihn zu töten. Das spricht genau über diese Gefahr, die wir haben in der Erziehung, dass wir in der Machtposition als die Stärkeren nicht getrieben werden von Liebe und Weisheit Gottes in unserer Erziehung, sondern dass wir ungerecht, hart, selbstgerecht werden. Ja, dass wir zornig werden, dass wir uns an unseren Kindern rächen, in unserer Macht sie zu erziehen. Und da sagt Gott, nee, nee, das mach nicht. Das darfst du nicht. Wir nehmen den nächsten Vers noch mit dazu. Wer maßlos zornig ist, muss seine Geldbuße zahlen, denn greifst du auch ein, so machst du es nur noch schlimmer. Das spricht hier davon, von dem, der vom Zorn getrieben ist, vom maßlosen Zorn. Und es ist interessant, im Deutschen sagen wir, ein Mensch, der so aufweilt im Zorn, das ist ein unbeherrschter Mensch. Interessantes Wort. Das ist ein Mensch, der nicht beherrscht ist. Jemand, der nicht unter der Herrschaft Gottes steht, nicht unter der Herrschaft des Heiligen Geistes. Was führt uns oft dazu, zu solchen Zornausbrüchen? Ich weiß nicht, ob du damit zu kämpfen hast, vielleicht kennst du auch jemanden aus deinem Umfeld. Diese Zornausbrüche, das beschreibt Paulus als ein Werk des Fleisches. Und das ist der Grund, warum dann auch in der Erziehung oft Eltern so überreagieren und ungerecht werden. Es sind oft diese Zornausbrüche. Und wo kommen die Zornausbrüche oft her? Ein wesentlicher Grund ist, glaube ich, die Hilflosigkeit. Du stehst in der Erziehung, du kämpfst mit deinem Kind und du fühlst dich völlig überfordert. Du willst dem Kind diese gute Grenze geben, aber dieses Kind rebelliert und kämpft gegen dich. Und du fühlst dich selbst verletzt. Du wirst verletzt. Du fühlst dich angegriffen. Und du willst dich wehren, aber du findest kein Mittel. Und das einzige Mittel, was uns dann einfällt, beziehungsweise was dann automatisch aus uns herausbricht, ist mit Gewalt, mit Lautstärke, den anderen niederzubrüllen, niederzuschlagen, niederzudrücken, niederzuhalten. Das Kind. Uns fehlt irgendwie die Hilfe und wir versuchen uns selbst zu helfen aus unserem Fleisch, mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Stärke, was wir auch alles aufzubieten haben, bringen wir dann auf den Tisch. Aber wozu führt das? Zur Eskalation. Der andere, gerade die Kinder, die Kinder lernen ja von uns. Und sie sind im Kampf mit uns. Sie wollen sich gegen uns durchsetzen, gegen die Grenzziehung rebellieren. Sie wollen, dass wir das tun, was sie sagen. und nicht, sie wollen tun, was wir sagen. Und in diesem Kampf und sie merken, ja, Papa, Mama, die kämpfen mit diesen Mitteln, ja, dann kann ich diese Mittel ja auch benutzen. Und sie werden auch laut und gewalttätig. Wir können so nicht gewinnen. Wir können am Ende unser Kind nur töten. Aber das will Gott nicht. Was ist also die Lösung in dem Ganzen? Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe als Eltern, als Erzieher, als Grenzzieher brauchen wir Hilfe. Herr, hilf mir. Wir müssen Zuflucht nehmen im Gebet. Wir müssen Gott suchen. Wir brauchen auch Inspiration, Ideen, wie wir unser Kind leiten können, in diese Grenzen hinein. Wisst ihr, wir denken bei Erziehung oder denken viele Leute auch immer erst an, sofort an Strafen, irgendwie, an irgendwie Verbotene und Strafen. Aber wisst ihr, man kann Kinder auch auf wunderbare Weise führen und begeistern für das Gute. Du musst gar nicht immer gleich so die Grenzen ziehen und der Verbieter sein und Strafen und was weiß ich. Du kannst auch derjenige sein, der dein Kind begeistert für das Gute, ihm vorangeht darin, ihm Inspiration gibt für gute Dinge. Dieser Trieb, sich auszuleben, in gute Bahnen zu lenken, das kann man auch auf wunderbare Weise positiv machen. Und da haben viele von uns, da haben wir alle großen Lernbedarf. Und das ist letztendlich etwas, wo wir auch Gott bitten können, dass er uns Inspiration gibt. Und dann, ja, dann kannst du auch mal dich ermutigen lassen von Geschwistern, die, die gute Erfahrungen gesammelt haben, die von Gott vielleicht Ideen empfangen haben, wie sie Kinder auch in die richtige Richtung führen können. Wir brauchen Hilfe, sonst müssen wir die Geldbuße zahlen, sonst werden wir am Ende bezahlen, wenn wir bleiben in unseren Zornausbrüchen, wenn wir nicht die Veränderung bei Gott suchen. und das fängt, wie gesagt, damit an, dass wir unser Fleisch mit den Leidenschaften kreuzigen, die dem Christus Jesus angehören haben, ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Sie haben das dem Tod übergeben. Ich weiß, meine Zornausbrüche sind nur ein Zeichen, ein Werk meines unbeherrschten Wesens, meines Fleisches, meines alten Menschen. Herr, und ich will, dass es gekreuzigt ist. Ich will von deinem Geist beherrscht sein, von dem Friedefürsten. Ich will in deinem Frieden aktiv sein in der Erziehung, konsequent, wirklich aktiv mein Kind auf die richtige Bahn führen und leiten. Ich will nicht von Zorn beherrscht sein. Vers 20 Höre auf guten Rat und nimm Zucht an, damit du für die Zukunft weise wirst. Ein gutes Wort. Ich habe mir dick Entscheidungen darüber geschrieben und unterstrichen. Guten Rat anzunehmen, Erziehung anzunehmen, ist eine Entscheidung. Du musst dich entscheiden, dich erziehen zu lassen von Gott und dann auch guten Rat. Auch wenn Gott dir guten Rat durch Geschwister gibt, durch deinen Vater, durch deine Mutter, sei es leiblich, sei es in Christus, durch Brüder und Schwestern, durch, ja, auf verschiedene Art und Weise. Wenn guter Rat von Gott zu dir kommt, dann nimm es an, lass dir doch mal was sagen. Dann wirst du weise werden für die Zukunft. Hier steht sogar an deinem Ende. Ich dachte so, wieso an meinem Ende? Ich möchte doch schon am Anfang weise sein. Dann mache ich nie so viele Fehler. Aber wisst ihr, das hat Gott nicht für unser Leben vorgesehen. Er hat tatsächlich diesen Lebensweg, am Ende sind wir weise, wenn es gut läuft. Am Ende sind wir weise. Warum? Weil, mir sind zwei Sachen eingefallen. Einmal, für den letzten Schritt meines Lebens brauche ich unheimlich viel Weisheit. Den Weg in den Tod hinein. Da muss ich weise geworden sein, um zu sterben. In Gott zu sterben. Im Frieden zu sterben. Dafür brauche ich Weisheit. Wenn ich die nicht auf meinem Weg erlangt habe, dann wird es schwer. Sehr schwer. Und die größte Weisheit hat Jesus uns gesagt. Wer versucht, sein Leben zu gewinnen, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinet Willen, der wird es gewinnen. Sterben musst du schon jetzt lernen. Wenn du jetzt stirbst, dein Ego, dein Fleisch, dann wirst du gut durch den Tod zum Herrn kommen. Wenn aber dein Fleisch nicht gestorben ist in deinem Leben, dann wird es auf dem Sterbebett sich extrem aufbäumen. Dann wird es schwer. Also es ist gut, Zucht anzunehmen, Erziehung anzunehmen, auf Rat, auf Gottes Rat zu hören. So werde ich weise am Ende meines Lebens. Und da brauche diese Weisheit. Und ich brauche sie auch danach, denn wir als Kinder Gottes sind berufen mit Christus Jesus, der Sohn Gottes ist. Er ist auferstanden von den Toten. Und was wird passieren? Er wird wiederkommen und über diese Erde herrschen. Mit wem zusammen? Mit allen seinen Brüdern und Schwestern, mit allen Heiligen, zu denen auch du gehörst, wenn der Geist Gottes in dir lebt. Du bist ein Kind Gottes und wirst mit Christus regieren, tausend Jahre über diese Erde. Dafür brauchst du Weisheit. Und deswegen ist es gut, wenn du am Ende deines Lebens weise geworden bist, weil du mit dieser Weisheit dann fähig sein wirst, mit Christus zu regieren. Ohne diese Weisheit kannst es vergessen. Deswegen heißt es in dem Gleichnis von den Talenten, sie hatten die Talente bekommen und haben damit gehandelt. Ein anderer hat es aber verbuddelt und hat gesagt, hier, hast du das Deine? Und der Herr sagt, dich kann ich nicht gebrauchen. Jetzt ist die Zeit, wo wir lernen sollen und wachsen sollen in Gottes Weisheit, damit wir am Ende, damit am Ende, Gott sagt unseres Lebens, gut gemacht, mein treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über vieles setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn und es wird Freude sein, wenn mancher von euch hier sitzt und sagt, bei dem Gedanken, dass ich mit Christus über diese Erde regieren soll, wird mir schlecht, ich will das gar nicht, ist mir zu viel. Gott sagt, es ist die Freude, es ist Freude, es wird Freude sein, die Diener bringen mit Freude die Talente und sagen, hierher, das wenig, das was du mir gegeben hast, es hat noch mehr hinzugebracht, nicht ich was, ja, guck mal, was ich für ein toller Typ bin, was ich alles geschafft habe, nein, das Pfund, was du mir gegeben hast, das hat das, es hat sich vermehrt, hier bitte, wisst ihr, das sollte unsere Haltung sein, Gott hat uns beschenkt und er will uns wachsen lassen in dieser Zeit, hör doch auf den Rat, lass dich erziehen, lass Gott an dir arbeiten, dass du wächst und Frucht bringst und dann wirst du weise für die Zukunft. Viele Gedanken sind im Herzen eines Mannes, aber der Ratschluss des Herrn kommt zustande. Man kann auch übersetzen, viele Pläne sind im Herzen eines Menschen. Menschen nehmen sich so viel vor in ihrem Herzen, sie machen solche wunderbaren Pläne, aber sie kommen alle nicht zustande. Ich weiß nicht, wie viele Pläne du schon geschmiedet hast, ich habe schon viele Pläne geschmiedet, die ich nicht in die Tat umgesetzt habe. Aber Gott, wenn er sich was vornimmt, dann tut er das auch. Gewinnen für den Menschen ist seine Mildtätigkeit und besser ein Armer als ein verlogener Mann. Der erste Teil, man kann das auch übersetzen, dass was wertvoll jemand, was man gerne haben möchte, was Menschen gerne haben möchten, etwas, was für sie wirklicher Gewinn ist, Mildtätigkeit steht hier, man kann es auch mit Gnade übersetzen, Güte. Eine Wesenseigenschaft Gottes, eine zentrale Wesenseigenschaft Gottes, dass er uns beschenkt, beschenkt, unverdient. Ja, das ist wahrer Gewinn, wenn ich diese Eigenschaft in meinem Leben habe. selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Die Furcht des Herrn gereicht zum Leben und gesättigt verbringt man die Nacht, wird nicht heimgesucht vom Bösen. Guck mal, das hat Gott uns zugesagt, wenn du Gott ehrst, wenn du ihm die Ehre gibst, wenn du nach seinem Reich trachtest, nach seiner Herrschaft, wenn Gott dir wichtig ist, dann wird er dich versorgen und er dich beschützen. Und das darfst du in der tiefsten, in dem tiefsten deiner Seele glauben und vertrauen. Gott wird dich versorgen, Gott wird dich vor einem Bösen beschützen. Und das ist das, was Jesus auch uns im Vaterunser gelehrt hat. Er hat gesagt, bete doch, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Worum geht es am Anfang? Um Papa, um Gott, um sein Reich, um sein Willen. Das soll am Anfang in unserem Gebet stehen. Das soll das Zentrum, das Wichtigste in unserem Gebet sein. Gott, du, Anbetung, Lobpreis, aber auch Ausrichtung auf sein Reich, auf seinen Willen. und dann sagt er, ja, dann darfst du auch mit deinen Sorgen, mit deinen Nöten kommen, den alltäglichen Problemen. Unser täglich Brot gibt uns heute. Ich drücke Gott damit aus, ich brauche täglich Brot, Papa. Ich sage ihm aber auch, ich vertraue dir, dass du es mir geben wirst. Das steckt in dieser Bitte drin. Bitte gib mir mein täglich Brot. Gott. Und wisst ihr, wenn wir das beten, dann sagen wir das Gott und wir lassen es los. Wir brauchen nicht mehr uns darum zu sorgen, weil wir es ja Gott gesagt haben und Gott wird uns versorgen, er hat es zugesagt. Genauso auch den Schutz. Bewahre uns und führe uns nicht in Versuchung, sondern bewahre uns vor dem Bösen. Die Versuchung, etwas, wo das Böse in mir aktiv werden kann, schütze mich vor dem Bösen. Und bewahre mich vor dem Bösen, was von außen kommt. Und das hat Gott uns verheißen. Auch in diesem Vers wird es uns verheißen. Hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, nicht einmal zu seinem Mund bringt er sie zurück. Ein lustiger Vers, lustige Vorstellung, ein fauler Kerl, der irgendwie beim Essen ist, seine Hand in die Schüssel packt und es ihm dann zu anstrengend ist, die Hand wieder zurück zu bringen und an den Mund zu führen, um das zu essen, was er da gegriffen hat. Er schläft auf dem Weg ein. Lustiges Bild. Schlägst du den Spötter, so wird der Einfältige klug und weist man den Verständigen zurecht, so wird er auf Erkenntnis Acht geben. Also einer der Spötter, von den Spöttern ist hier mehrmals die Rede, ein Spötter ist jemand, der andere verachtet, auf sie herabblickt und seinen Spott mit ihnen treibt. Solche Menschen gehören bestraft. Ihnen müssen Grenzen gezogen werden und wenn es getan wird, dann wird ein Einfältiger, auch Unerfahrener, Unverständiger, er wird dadurch klug. So viele Unerfahrene, so viele Jugendliche, die tagtäglich sich Videos reinziehen von Spöttern. Das ist eine der Lieblingsunterhaltungsmöglichkeiten, sich diese Videos anzugucken, wo andere, wo jemand über andere herzieht, über andere lästert, sich über andere lustig macht. Wir sollten darauf achten, dass unsere Kinder sich da nicht reinziehen lassen, sondern dass sie klug werden daraus, dass wir eine Grenze ziehen und aufdecken, dass diese Spötter dem Verderben anheimfallen. Im Vers 29 steht das, für die Spötter stehen Gerichte bereit und Prügel für den Rücken der Toren. Wir sollten unseren Kindern das deutlich machen. Wir sollten in der Erziehung deutlich machen, diese Spötter, das ist nicht etwas, wo du Anteil nehmen solltest. Dann werden sie klug vielleicht. Und weist man den Verständigen zurecht, so wird er auf Erkenntnis Acht geben. Jemand, der schon von Gott gelernt hat, der achtet auch auf Zurechtweisung. Wer den Vater misshandelt, die Mutter verjagt, ist ein Sohn, der Schande und Schmach bringt. Es steht auch da, wer den Vater zugrunde richtet oder die Mutter verletzt. Ja, leider tun wir das oft. Und wir haben eine Gesellschaft, die dieses Gebot, dieses wertvolle, wichtige Gebot nicht mehr sehr ernst nimmt. Ehre, Vater und Mutter. Lass uns da umkehren, sonst bringen wir Schande und Schmach. Hör auf, mein Sohn, Zucht anzuhören und dann abzuirren von den Worten der Erkenntnis. Also, ihr habt euch das jetzt alles angehört, ihr seid so geduldig mit mir gewesen, habt euch das alles angehört, aber seid nicht so oder lasst uns, ich schließe mich mit ein, lasst uns nicht so dusselig sein, das zu hören und dann diese Worte wieder zu vergessen, sondern lasst uns das wirklich tief in unsere Herzen aufnehmen, dass es Frucht bringt in unserem Leben, dass unser Leben davon geprägt und geleitet ist. Wie dusselig ist jemand, der ständig sich das anhört und dann das was ganz anderes macht. Zuletzt noch, ein nichtswürdiger Zeuge verspottet das Recht und der Mund der Gottlosen verbreitet Unheil, auch das neunte Gebot hat Gott viel Wert draufgelegt. Wahrheit, lasst uns die Wahrheit sprechen, einer mit dem anderen. Gott möchte, dass unser Zeugnis wahr ist, auch unser Zeugnis hier vorne. Wir haben euch ermutigt, Zeugnis zu geben und ich finde es echt schön, dass Geschwister das machen und ihr Zeugnis geben, aber seid wirklich auf der Hut. Wenn ihr hier vorne Zeugnis gebt, dann gebt Zeugnis von der Wahrheit. Das bringt Gott keine Ehre, wenn wir hier Geschichten erzählen und seien sie noch so ermutigend und toll, es muss die Wahrheit sein. Und das Zweite, das Zeugnis soll ein Zeugnis von Gottes Wirken sein und ihm die Ehre geben, nicht uns. Und dazu gehört manchmal auch, dass man die Wahrheit über sein eigenes Versagen und seine eigene Schwäche zugibt. Das ist manchmal dann schwer beim Zeugnis, weil ich dann auch über meine Schwächen reden muss, um von Gottes Stärke zu reden. Aber lass uns das tun. Ein wahrhaftiger Zeuge ist auf der anderen Seite wirklich ein Segen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und danken dir für deine Ermutigung und Wegweisung, Erziehung und Klarheit. Bitte segnet das Wort jetzt für uns, dass wir es mitnehmen und weiter darüber nachdenken, dass es uns prägt und leitet. Herr, wir danken dir für deine Erziehung, dass du so ein wunderbarer Vater bist und dass wir deine Kinder sein dürfen. Amen. Amen.